Dann versuche ich das eben nochmal. Nein. Wobei das hier wäre der nordwestliche. Der nordwestliche wäre der da. Ah. Falsch. Nein. Das war es auch nicht. Äh. Ups. Das war auch wieder falsch. Das hier müsste der nordöstliche Knopf sein. Ein nordöstliches Portal ist das hier. Au. Macht aber immer noch mal keine Supplies. Hm. Hm. Da bin ich wieder falsch gegangen. Ist egal. Oh. Hier ist was aufgegangen. Äh. Hilfe. Gucken wir einfach mal. Nordwest button near Fire Statue. Den Portal close by. Ja. Nordwest wäre da. Das hat auch wieder nichts gemacht, oder? Mhm. 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 So, nochmal Heilung. Und nochmal zurück. Ja. 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 Das macht echt überhaupt nichts. Oder man darf sich wirklich nicht verbreiten. Das war falsch. Auch. Mhm. Two rooms connected by portals. South-East and North-West. Buttons for access. Passes. Mhm. 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 Ich würde das einfach nur gerne öffnen, dass ich weiß, dass ich auf dem richtigen Riecher bin. Alter, das ist Nordwest- und Nordwestportal. Das hat auch nichts geöffnet. Das öffnet nichts. Nein. Obwohl, ich glaube, ich gehe es falsch an. Auch? Jawohl. Was haben wir hier? Einen Schädel. Eine Notiz. Äh, und was ist hier drin? Chitin Gloves. Die hat noch gar keine Gloves an. Den Schlüssel und der Rest kann da bleiben. Wie erwarten Sie, dass wir hier überleben? Wie können wir hier erwarten, zu überleben ohne Essen? Kein Essen und keine regulären Beatings. Weiß ich jetzt nicht, was das auf Deutsch heißt. Ich glaube nicht Schläge. Und kein Ale. Aber mir wurde immer und immer wieder experimentiert. Ich wurde so oft teleportiert, dass ich mich übergeben könnte. Dass ich meinen Magen leeren könnte. Wenn irgendetwas da drin wäre, was rauskommen würde. Da muss ein Zauberer in der Zelle neben mir sein. Ich kann sein Gemurmel und seine Beschwörungen hören. Er flüstert oft über einen roten Stein. Es ist bizarr. Sie müssen ihn irgendwie benutzen. Wie ich mir nur wünschte, ich wäre zurück in Devontville. Ich habe einen Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel von einer der Wachen geklaut. Ich bin mir sicher, es wird etwas Wichtiges öffnen. Nun muss ich nur noch hier rauskommen. Sie haben meine Knochenrüstung von mir genommen. Aber ich weiß, wenn ich ein Minotauchenschädel, ein Amulett hätte, ein paar blutige Schädel und ein paar Klauen, dann könnte ich meinen Weg hier rausschlagen. Ich wünschte. Gondel, Silverbeard. Scavenger Tief. Ja gut, das war Zelle Nummer 1. Na komm. Ich gehe wieder aus. Also mache ich es gerade wieder an. Das ist Bonecraft. Ich gehe wieder aus. press button near other fire statuels. Portal closest to you. Then run forward and turn corner for button. Mh. Aua. Also um die Ecke. Fast. Fast. Man muss schon ein bisschen schnell sein, um das hier hinzukriegen. So. Haha. Autsch. Noch ein Secret. Äh, ja. Das wird dann wahrscheinlich noch ein Secret sein. Scroll of Lightning. Oh, du bist ein... Stunning Spear, den wir bereits kennen. Scroll of Light. Aha. Die beiden muss ich mir merken, dass ich die noch vorlese. Wundenbox. Kräuter. Feuerzauber. Conchure Set. Der Rest ist wertlos. Okay. Milkweed und ein Kraut, was ich nicht kenne. Scroll. Regeneration Potion. Tar-Beat, Bloodroposum, Milkweed. Okay. I'm Milkweed. Bloodroposum. Und Tar-Beat. For boosting both health and energy. Okay, die bleibt mal da drin. Dwei Protection, Energy, Wellpower. Ist auf jeden Fall besser als die. So, gut. Und wenn ich es mir recht überlege, lese ich das auch noch schnell vor. Sie haben mich hier eingesperrt und gezwungen und für eine komplette Untersuchung, zu einer kompletten Untersuchung gezwungen. Mich von allen Zauberern. Ich habe nicht ein Stück zu essen in den Tagen gesehen. Ich muss arbeiten oder sie bringen die Oga rein. Grausame, blutige, dumme Kreaturen. Wenn ich nur meinen Stab hätte, wäre es eine andere Geschichte. Sie haben ihn konfisziert mit der Potion, die ich erschaffen habe. Ich brauche Essen und Wasser. Oder meine Zeit ist rum. Die Forschung ist getan. Also werde ich warten. Ich frage mich, was mit der Stadt geworden ist, nachdem sie uns mitgenommen haben. Zoranthus. Der kommt mal mit. Der kommt mal zu dir. Spuck noch mal Feuer. Dann einmal Autosafen. Und dann versuche ich jetzt mal wieder zu speichern. Wenn ich also wieder weg bin, wisst ihr, das Spiel ist wieder beim Speicherversuch abgestürzt. Also sage ich jetzt schon mal, bis gleich.